Hallo, mein Lieben, heute geht es weiter mit Kela und Nero. Kapitel 17 Na du? Auf den Verandastufen drückte mir Brandon eine Flasche Budweiser in die Hand. Die Abenddämmerung hat sich bereits über unseren Garten gelegt, taucht ihnen in ihr unwirkliches Licht, eine Mischung aus Lavendel und Blautönen. Der Himmel kennt wirklich alle Farben. Ich nehme einen tiefen Schluck. Ich mag eigentlich kein Bier, aber es ist kalt und kühlt meine Kehle. Und ich sehne mich danach, so zu tun, als wäre ich eine normale 21-Jährige, die ab und an ein Bier trinkt und ihre Gedanken loslässt. Und nicht eine 21-Jährige, die den Nachmittag mit ihrem toten Grandpa und einem ruppigen Unsterblichen verbracht hat, um das Haus nach einem magischen Schlüssel zu durchforsten. Na du, gebe ich zurück, als sich Brandon neben mich auf die Treppe setzt. Das hier wurde für dich abgegeben. Er zieht einen Umschlag aus seiner hinteren Jeans-Tasche. Ich erwarte ein weiteres cremefarbenes Kuvert, doch der Umschlag ist weiß mit pechschwarzem Rand, der mir scheußlich ins Herz sticht. Ich schluckte und schaffe es nicht, das Kuvert zu öffnen. Wann ist sie? Nächsten Samstag. Sie würden sich freuen, wenn du kommst. Kaum merklich schüttelte er den Kopf. Sie haben natürlich nicht, freuen gesagt. Sie fänden es schön, wenn du bei der Beerdigung dabei wärst. Selbstverständlich gehe ich hin. Ich setze die Flasche an meine Lippen und trinke, schlucke das Bier und die aufkommende Traurigkeit hinunter, die sich jedoch nicht einfach herunterschlucken lässt. Genauso wenig, wie die hässliche Vorstellung, den Sarg zu sehen, in dem der wundervolle, lebenslustige Oskar liegt, der nicht mehr wundervoll und lebenslustig sein darf. Erschöpft lehne ich mich an Brandon, der seinen Arm um mich legt. Der kleine Kerl fehlt mir auch, aber wir werden es schaffen. Das alles. Okay? Wir sind doch Meister darin, uns nicht unterkriegen zu lassen. Egal, was uns das Leben entgegenwirft, wir lassen uns nicht platt machen. Wir sind wie diese winzigen Wasserbewohner, diese Bärtierchen, die ewig ohne Nahrung oder Wasser überleben können. Denen selbst Strahlung oder Extremtemperatur nichts anhaben können. Ich presse die Lippen aufeinander. Das weißt du von Oskar? Natürlich weiß ich das von Oskar. Die Sanftheit in seiner Stimme versetzte mir einen weiteren Stich. Brandon zieht mich noch näher an sich heran und ich lasse meinen Kopf gegen seine Schulter sinken. Gemeinsam verharren wir in einem langen Moment des Schweigens. Ich muss mich noch bei dir entschuldigen, sagt er dann. Mit dem Handrücken fahre ich über meine Augen. Wofür denn? Dafür, dass ich dir die Sache mit Grandpa nicht glauben wollte und wie ich mich im Krankenhaus verhalten habe, weil sich alles in mir geweigert hat, das Unfassbare zu akzeptieren. Die Schatten, ich meine, das war einfach zu abgefahren. Ein schwaches Lächeln legt sich auf sein Gesicht. Ich dachte immer, dass du die einzig durchgeknallte in unserer Familie bist. Ich boxte ihm gegen den Oberarm. Hey, dein Schlag war auch schon mal kräftiger. Warte, ich hole nur schnell eine Vase. Damit habe ich Übung, entgegnete ich trocken, woraufhin mir sein Lächeln für einen Sekundenbruchteil in seiner gewohnten Kraft entgegenstrahlt. Gut, ich nehme alles zurück, lenkt er hastig ein, bevor seine Züge wieder ernst werden. Nicht du warst verrückt, sondern ich, weil ich dachte zu wissen, was normal ist. Dabei gibt es normal offenbar nicht. Zumindest ist es ein dehnbarer Begriff. Meine Finger nästeln am Etikett der Bierflasche herum, dass sich etwas gelöst hat. Musst du auch an Mom denken? Mein Bruder nickt bedächtig. Die ganze Zeit stelle ich mir die Frage, wo sie ist. Ich weiß, dass es keinen Unterschied macht, aber wenn das ganze Zeug mit der Wiedergeburt stimmt, dann hat ihre Seele irgendwo ein neues Leben begonnen. Ein Leben, in dem wir einfach nicht mehr vorkommen. Er hält inne, bevor er schwerfällig schnaubt. Diese Reinkarnationssache macht mich echt fertig. Es ist, als wären wir ein Teil eines Computerspiels, in dem es bloß darum geht, das nächste Level zu erreichen. Die Vorstellung, dass wir wieder von neuem anfangen, nachdem wir diese ganze Scheiße hinter uns haben, ist echt übel. Ich lache auf. Und mit der ganzen Scheiße meinst du das Leben? Er grinst schief. Okay, ich bin gerade nicht auf der Höhe. Ich grinse zurück und nehme noch einen Schluck aus meiner Flasche. Weil ich Alkohol nicht gewohnt bin, sorgt das Bier für eine wohlige Wärme in meinem Bauch. Gut möglich, dass diese Wärme auch von Brandon ausgeht, der mit seinen Worten nicht verkehrt liegt. Das Leben ist gerade alles andere als schillernd schön, aber wenigstens bin ich nicht alleine. Denkst du auch an William? Mann, Kehla, du schaffst es echt, meine Stimmung noch weiter nach unten zu ziehen. Ich dachte bloß, weil Grandpa ihn erwähnt hat, sage ich und füge hinzu, dass Grandpa sich verändert hat und jetzt irgendwie netter ist, komme aber nicht weit. Grandpa ist ein Arsch, wendet Brandon ein. War er schon immer und nur weil er jetzt durchs Haus geistert, ist es nicht besser geworden. Jetzt ist er eben ein durchsichtiger Arsch. Er lehnt sich seufzens auf den Stufen zurück. Weißt du schon, was er hier soll? Noch nicht. Angeblich ist es gar nicht so einfach, die Aufgabe eines Geistes in Erfahrung zu bringen. Es soll dabei sehr bürokratisch zugehen, zumindest hat Tatsuki so etwas angedeutet. Sie hat sich übrigens heute auch nach dir erkundigt. Brandon reibt sich müde über die Augen. Und was wollte sie wissen? Sein teilnahmsloser Tonfall ist etwas zu teilnahmslos. Wie es dir so geht, wie du mit allem umgehst. Sie macht sich Sorgen um dich. Muss sie nicht. Auch wenn ich das Gefühl habe, ständig beobachtet zu werden, als ob alle erwarten, dass ich gleich auseinanderfalle. Und dabei rede ich nicht nur von unseren Mitbewohnern, sondern auch von den Leuten auf der Straße. Da war gestern ein Typ, der hat mich so seltsam angestarrt. Aber wahrscheinlich werde ich bloß paranoid. Sein Blick verliert sich über den Garten hinweg Richtung Bürgersteig, wo die ersten Laternen anspringen. Nachdenklich dreht Brandon die Bierflasche in seine Hand. Das ist echt ein beschissenes Gefühl, wenn man nicht mehr weiß, was real ist und was nicht. Ich meine, als du mit diesen Briefen angekommen bist, dachte ich, dass du abdrehst, weil es im Moment einfach zu viel für dich ist. Dabei habe ich bloß nicht gesehen, was du sehen konntest. Und jetzt kommt es mir so vor, als hätte mein bisheriges Leben innerhalb einer kleinformatigen Postkarte stattgefunden. Mit einem Mal ist alles anders und ich bin gezwungen, aus meiner verdammten Karte herauszutreten und über die Kante zu blicken. Er setzte die Flasche an die Lippen. Wie gerne würde ich meinem Bruder helfen, das alles zu begreifen. Doch Nero hat recht, mit dem Verstand ist das schlichtweg nicht möglich. Wenn wir schon beim Thema sind, erzähl mir von den Briefen, fährt Brandon fort. Diesmal höre ich auch richtig zu. Bislang waren es zwei, sage ich und fasse zusammen, woran ich mich noch erinnern kann. Dabei lasse ich auch die Stunde bei Dr. Torres nicht aus, inklusive Grandpas klammerösem Auftritt. Offenbar hast du es mit Vasen. Wäre es sicherer, sie in Zukunft aus seiner Reichweite zu halten, neckte er mich, nachdem ich ihm alles erzählt habe. Hast du Suki oder die Jungs eigentlich nach den Briefen gefragt? Meine Finger lösen kleine Fetzen des Etiketts von der Flasche. Ich habe die Briefe Todd gegenüber erwähnt, als er dich gesteuert hat. Aber ich glaube, das ist nicht groß bei ihm hängen geblieben. Aktiv angesprochen habe ich es auf jeden Fall bei niemandem. Wieso nicht? Ich, keine Ahnung, erkläre ich langsam. Es ist eine Menge passiert und es sind so viele Informationen. Suki hat mir heute ein Buch mitgebracht, das sie mir eigentlich gar nicht zeigen durfte. Darin waren Abbildungen von den Schlüsseln und einiges über die Geschichte der Unsterblichen. Du vertraust dir nicht, stellte Brandon fest. Doch, eigentlich schon. Ich schließe die Augen nur ganz kurz und atme tief durch, bevor ich Brandon seufzend ansehe. Vielleicht vertraue ich ihr nicht ganz. Es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Die Zahlen des letzten Briefes kommen mir plötzlich in den Sinn. Und sei dir gewiss, dass du fallen wirst. Es wird Schmerzen, dir das Herz zerreißen. In der dunkelsten Stunde wirst du Hilfe erfahren und die Ereignisse werden sich lichten, auch wenn du ihn vermissen wirst. Der Absender wusste von Oscars Tod. Ich glaube, dass der Brief darauf angespielt hat und dass sich die Ereignisse lichten werden. Damit müsste er oder sie die Sache mit den Unsterblichen gemeint haben. Glaubst du, der Brief stammt von jemandem aus einem der Clans? Davon gehe ich aus. Anders wäre seine Magie wahrscheinlich nicht zu erklären. Ich habe sogar kurz überlegt, ob mir der Kisaya selbst schreibt, aber irgendwie kann ich das nicht glauben. Brandon nickt zustimmend. Hast du dir schon Gedanken gemacht, an wen du den Schlüssel übergeben wirst? Keine Ahnung, sage ich und ziehe scharf die Luft ein. Ich meine, wir sprechen von einer Pforte, die das Chaos über die Welt stürzen lassen kann. Und ich soll diese Entscheidung treffen? Ganz schön viel verlangt, oder? Kannst du diesen Schlüssel nicht einfach zerstören, wenn du ihn findest, oder sind die Dinger unzerstörbar? Angeblich sind sie das, es sei denn, sie befinden sich in der heiligen Pforte. Und selbst dann ist es nicht gewiss, ob man sie vernichten kann. Außerdem scheint zu dem Zeitpunkt die Verlockung bereits zu groß zu sein, das Tor zu öffnen. Ich pulier den Rest des Etiketts von der Flasche. Für wen würdest du dich entscheiden? Für Suki, erwidert er, also rein schlüsseltechnisch, wobei Nero auch kein schlechter Kerl ist. Zumindest hält er sein Wort. Du wirst schon die richtige Wahl treffen. Was macht dich da so sicher? Ich kenne dich, erwidert er mit so viel liebevoller Zuversicht, dass mich erneut dieses wohlige, warme Gefühl überkommt. Lächelnd lehne ich mich zur Seite und stupse Branden mit der Schulter an. Verrückt, oder? Hättest du vor ein paar Wochen geglaubt, dass wir jemals so ein Gespräch führen werden? Niemals! Wie schnell sich alles ändern kann, wie zerbrechlich die Gegenwart ist. Unglaublich! Er legt seinen Arm um mich. Was für ein verdammtes Glück wir haben, dass wir unzerstörbare Bärentierchen sind. Kapitel 18 Der Himmel ist voller Wolken. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals so viel für einen Moment gesehen zu haben. Ein Himmel voller Wolkenbälle. Der Tod wird nett zu mir sein. Ich bin ein Kind. Zu Kindern ist man immer nett. Am Hügel der St. Catherine Church erzählt der dünne Priester von Gott und seiner Gnade. Es ist ungewöhnlich kühl für diese Jahreszeit. Der Wind rauscht durch die Bäume, die das Friedhofsgelände säumen und verleiht der Stimme des Priesters einen merkwürdigen flüsternden Nachhall, als er von der Ewigkeit der Liebe spricht. Gemeinsam mit den anderen schwarz gekleideten Trauergästen lausche ich seinen Worten, stehe mit ihnen um den Sarg versammelt, der viel zu klein ist, und presse die Lippen aufeinander. Doch die Tränen lassen sich nicht aufhalten. Es dürfte keine kleinen Särge geben, nur große, für große Leute, die ihr Leben schon gelebt haben, das wäre gerecht. Leider ist Gerechtigkeit keine Nebenwirkung des Lebens, der Tod jedoch schon, denke ich bitter und sehe zu Mr. und Mrs. Coleman, die sich die ganze Trauerrede über an den Händen halten, als würden sie sonst davontreiben. Ich schlucke und wünsche ihnen, wie Oskar, dass ihre Herzen weitermachen, selbst wenn das ihres Sohns aufgegeben hat. Die Worte des Priesters wehen bloß lose zu mir, austauschbar und wenig tröstlich. Es sind gut gemeinte Worte, doch sie klingen leer. Etwa 50 Leute sind gekommen, darunter auch Familien mit ihren Kindern, die verstohlen wegschauen. Kinder sollten ihre Zeit auf Spielplätzen verbringen, nicht auf Friedhöfen. Aber womöglich ist es wichtig, Abschied zu nehmen und früh zu lernen, dass das Leben endlich ist, zumindest jedes für sich. Als sie beginnen, den glänzenden Sarg an den Seilen in das offene Grab hinab zu lassen, sehe ich flüchtig zur Seite und entdecke in einiger Entfernung Nero, der an einem der rauschenden Bäume lehnt. Er trägt eine dunkle Sonnenbrille zu seinem schwarzen Anzug. In den letzten Tagen habe ich ihn kaum zu Gesicht bekommen, trotzdem überrascht es mich nicht, ihn hier zu sehen. Der Unsterbliche nickt mir knapp zu. Ich nicke zurück und schaue wieder nach vorn, wo Oskars Sarg bereits in der Erde verschwunden ist. Ich nehme ein paar tiefe Atemzüge und reihe mich neben Brandon in der Schlange der Trauergäste ein, um den Colmans zu kondolieren. Kayla Brandon Mrs. Coleman Coleman schüttelt der Frau vor mir die Hand. Mein Beileid, erklärt mein Bruder, wir werden Oskar sehr vermissen. Wenn wir irgendetwas für sie tun können, füge ich hinzu und fühle mich umgehend schlecht, weil man nichts zu Eltern tun kann, die soeben ihr Kind begraben haben. Mrs. Coleman nickt mechanisch, doch als uns der Wind den Geruch von gefallenen Regen entgegen weht, klart ihr Gesicht auf. Nerus ebenmäßiges Profil wirkt in dieser trauererfüllten Umgebung noch ernsthafter, noch bedeutungsvoller, als wären wir alle nur Akteure im Spiel des Lebens und er der Einzige, der die Tragweite der menschlichen Existenz überhaupt erfasst. Sein Blick ruht mitfühlend auf Oskars Mom, als er an uns herantritt. Mrs. Coleman, mein aufrichtiges Beileid. Danke, haucht sie, lässt mit einem Mal die Hand ihres Mannes los und schließt den dunkelhaarigen Athanados in eine unbeholfene Umarmung. Danke, danke, dass Sie da sind, bis bat sie. Er war ein großartiger Junge. Nähere Stimme ist von einer tröstlichen Sanftheit durchdrungen, die Mrs. Coleman zart zum Lächeln bringt. Und wie er das war, erwidert sie und löst sich ungelenk von Nährung. Mit einem Taschentuch tupft sie ihre Tränen weg, bevor sie ihre Aufmerksamkeit auf mich richtet. Oskar wollte, dass du das bekommst, Kela. Du warst sehr wichtig für ihn, sagt sie und hält mir eine dunkle Tüte entgegen. Der umsichtige, wunderbare Oskar, der immer an andere gedacht hat. Ich spüre, wie mich die Gewalt dieser Geste übermannt und mir die Kehle zuschnürt. Er war auch sehr wichtig für mich, gebe ich erstickt von mir. Ich habe ihn geliebt und das werde ich immer tun. Mit zitternden Händen nehme ich die Tüte an mich und gehe rasch davon, weil ich es keine Sekunde länger schaffe, die Haltung zu bewahren. Meine Beine sind taub, meine Schritte führen mich den Hügel hinab, immer weiter, bis schließlich eine kleine verlassene Bank entdecke, auf der ich zusammenbrechen kann. Meine Sicht verschwimmt. Die Tränen brechen aus mir heraus und lassen mich um den kleinen großen Jungen trauern, der aus meinem Leben verschwunden ist und doch für immer ein Teil davon sein wird. Abwesend nehme ich wahr, wie sich jemand neben mich setzt und den Arm um mich legt. Die Berührung spendet mir Trost und ich kann nicht anders, als ihr nachzugeben. Ich bin schlichtweg zu schwach, um mich nicht an Neros Brust sinken zu lassen und zu weinen, bis der Stoff seines schwarzen Hemdes völlig durchnässt ist und ich endlich wieder Luft bekomme. Besser? Ja, sage ich leise und greife nach dem Taschentuch, das er mir entgegen hält. Ich sollte mich schon daran gewöhnt haben, aber ich wische mir das Gesicht trocken, blicke über das Friedhofsgelände und murmele dabei etwas von Dauerkarte, die ich eigentlich erhalten müsste, weil ich doch so regelmäßig hier bin. Nero lehnt sich nach vorn, die Ellenbogen auf den Oberschenkeln abgestützt. Wenn es um den Tod geht, gibt es keine Übung. Jeder Abschied ist ein Abschied. Meine Finger tasten über die schwarze Plastiktüte, die auf meinem Schoß liegt. Noch hatte ich nicht den Mut hinein zu sehen. Ich atme tief durch und sehe den Unsterblichen an. Wo ist Oskar jetzt, will ich von ihm wissen, als mein Magen lautstark zu knurren beginnt. Nero nimmt die Sonnenbrille ab. Der Blick aus seinen dunklen Augen ist so intensiv, dass mir für einen Moment der Atem stockt. Hast du heute schon etwas gegessen? Ja, nein, ich weiß es nicht. Das ist doch jetzt nicht wichtig. Wo ist Oskar jetzt, wiederhole ich mit mehr Nachdruck. Ich will wissen, wo Oskar ist. Es geht ihm gut, behauptet Nero, als würde das meine Frage auch nur irgendwie beantworten. Der Wind bläst ihm eine dunkle Haarlock ins Gesicht, was seine makellosen Züge einen verwegerenden Ausdruck verleiht. Brandon habe ich nach Hause geschickt. Er sah fertig aus. Vorher musste ich ihm jedoch versprechen, mich um dich zu kümmern. Wie selbstlos von dir? Er seufzte. Wenn du es nicht allein hinkriegst, muss dir wohl jemand unter die Arme greifen. Und bevor du noch weitere Geräusche von dir gibst, solltest du lieber etwas essen. Ich habe keinen Hunger, beharrte ich und verteufle meinen Magen, der sich ausgerechnet in der Sekunde noch einmal melden muss. Ein amüsierter Zug umspielt Neros Lippen. Da sagt dein Körper aber etwas anderes. Mein Körper und ich sind nicht immer einer Meinung. Ein verheißungsvolles Funkeln tritt in seine Augen. Sollten sie aber, sagte Rau und mit diesem leicht anzüglichen Unterton, der meine Wangen ganz warm werden lässt. Rasch straffe ich den Rücken und stehe auf. Okay, schnaube ich, wenn es dich glücklich macht, dann esse ich eben etwas. Der Diner, und den wir später halten, ist genleer und hat schon bessere Tage gesehen. Wir setzen uns an einen der hinteren Tische direkt ans Fenster mit einem schönen Blick über den hiesigen Park. Nero nimmt mir gegenüber auf der dunkelgrünen Polsterbank Platz. Bei der Kellnerin bestelle ich einen vegetarischen Burger mit einer doppelten Portion Pommes, was er mit anerkennendem Blick quittiert. Was? frage ich. Es freut mich, dass du dich mit deinem Körper einigen konntest. Wer von euch wollte die doppelte Portion Pommes? Machst du dich etwa über mich lustig? Seine dunklen Augen fixiert mich. Ein wenig und das nach einer Trauerfeier? Stimmt, das ist geschmacklos. Genauso wie eine Dauerkarte für den Friedhof. Ich greife nach dem Waldstreuer, einfach nur, um irgendetwas mit meinen Händen zu tun. Gefühlt war ich einfach zu oft dort, rechtfertige ich mich. Gefühlt ist jeder zu oft dort. Du nicht, sage ich etwas zu schnell. Für den Bruchteil einer Sekunde blitzt ein harter Ausdruck über sein Gesicht, der mich an Nivea denken lässt, die unsterblich war und trotzdem sterben musste. So meine ich das nicht, füge ich hinzu und kratze mit dem Daumennagel einen Fleck von dem silbernen Salzstreuer. Du warst heute schließlich auch da und du warst im Krankenhaus. Den Coleman's hat das geholfen. Ich blicke zu ihm und atme tief ein. Das war nett von dir. Danke. Die Kellnerin bringt unsere Getränke und lächelt Nero ein paar Wimpernschläge zu lange an, doch er nickt nur höflich, anstatt zurückzulächeln. Als sie endlich wieder hinter ihrer Theke verschwunden ist, nimmt er einen Schluck von seiner Cola. Du musst dich nicht bedanken. Ich wollte es, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Ich drehe den Salzstreuer in meiner Hand und komme auf den Punkt zurück, der mich noch immer beschäftigt. Wo ist Oskar jetzt? Gibst du denn niemals auf? Ich zucke mit den Schultern. Offenbar nicht. Neros Augen nehmen einen unheilvollen Glanz an. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder nervtötend finden soll. Er erklärt er schließlich nüchtern und öffnet den obersten Knopf seines schwarzen Hemdes. Ich lächle süß. Ich denke, du findest es gut. So gut, dass du mir endlich meine Antwort gibst. Neros seufzt. Katalia, mir fehlt der Überblick über sämtliche Seelen, die im Kosmos herum schwirren. Es sind zu viele und die Prozesse sind kompliziert. Mach dir keine Sorgen. Er war ein guter Junge. Er hat nichts zu befürchten. Die Worte versinken in mir, verändern aber nichts. Ich weiß mehr als andere Sterbliche, doch diese Gewissheit führt dennoch in eine schreckliche Ungewissheit. Ihr könnt also nicht herausfinden, wo er jetzt ist. Was genau würde dir das bringen? Würdest du irgendwo auf der Welt nach einem Baby Ausschau halten, dem du dann in ein paar Jahren erzählst, dass du er schon aus seinem vorherigen Leben kennst? Ich wäre einfach beruhigt, wenn ich wüsste, dass er ein gutes Zuhause bekommt. Ich weiß nicht, ob das bei ihm auf dem Plan steht. Mein Magen sackt nach unten. Wie meinst du das? Er antwortet nicht sofort, sondern mustert meine Züge. Überleg mal, warum es Reinkarnationen überhaupt gibt. Mir fällt kein einziger guter Grund ein, sage ich geradewegs. Sein rechter Mundwinkel zuckt nach oben, bevor er sich gelassen auf der abgewetzten Polsterbank zurücklehnt. Hört zu. Die Seele kann nur in einem Körper Erfahrungen sammeln und diese Erfahrungen sind nicht ausschließlich hell und glänzend, sondern auch dunkel und grausam. Ich schüttle den Kopf. Bitte komme jetzt nicht mit dem Scheiß, dass es Licht nicht ohne Dunkelheit gibt. Nero hebt sein Cola-Glas und sieht mich über den Rand hinweg undurchsichtig an. Würde ich niemals wagen, bemerkt er trocken, bevor er entspannt einen tiefen Schluck nimmt. Seine verdammte Gelassenheit treibt mich noch in den Wahnsinn. Es ist, als könnte ihn tatsächlich nichts auf der Welt aus der Ruhe bringen, im Gegensatz zu mir. Und zu diesen Erfahrungen gehört es auch, dass ich meine Mutter verlieren musste und ohne Vater aufgewachsen bin, werfe ich ihm entgegen und hasse es, dass sich meine Stimme plötzlich so kläglich anhört. Katalea, ich habe die Spielregel nicht gemacht. Wer dann? Er schnaubt. Kommst du mir jetzt wieder mit dem mächtigen fiesen Mann? Beginnst du jetzt etwa wieder zu tanzen? Wer will das wissen? Dein Körper oder der Rest? Wie eine Schar aufgeschreckter Vögel fliegen uns unsere Fragen entgegen? Würdest du mich denn gerne tanzen sehen? Fügt Nero hinzu? Der raue Unterton in seiner Stimme bringt mich kurz aus dem Konzept und ich stelle den Salzstreuer etwas fester als beabsichtigt in die silberne Halterung zurück. Kleine Salzkügelchen rieseln auf die Tischplatte, die ich mit einer raschen Handbewegung in einer Serviette verschwinden lasse. Wieso kannst du mir weil es keine einfache Antwort gibt? Nicht in diesem Fall. Es gibt nichts, das du verstehen könntest. Wenn du versuchst, mit dem Verstand nach der Magie des Lebens zu greifen, wirst du bloß ins Leere fahren. Du kannst Magie nicht verstehen. Du kannst sie nur mit deinem ganzen Wesen fühlen. In der Sekunde kommt die Kellnerin und serviert meine Burger. Ich bin heilfroh über die Ablenkung, heilfroh über die kurze Auszeit, die mir der Pommes Duft beschert. Der salzig fettige Geschmack bringt meinen Magen zum Lächeln und mein Gesicht zum Strahlen. Nero betrachtet mich und meinen Teller interessiert. Wie war das nochmal? Du hattest keinen Hunger? Vielleicht doch ein wenig. Es sieht nicht nach ein wenig aus, bemerkte er. Willst du etwa behaupten, dass ich zu viel esse? Niemals! Ein mickriger Salat hätte mich echt enttäuscht. Ich musste lächeln und dieses Lächeln springt auf Nero über. Doch noch bevor es für einen seltsamen Moment sorgen kann, konzentriere ich mich auf die Gedanken, die schmerzhaft gegen meine Schädeldecke knallen. Zurück zu dieser ganzen Wiedergeburtssache sage ich. Ich könnte also schon keine Ahnung 40 Leben hinter mir haben und die Kellnerin vielleicht 100? Neros bestätigendes Nicken lässt meine Schulter nach unten sacken. Das ist doch schizophren. Ich meine, was bringt diese Erfahrung denn überhaupt? Man kann sich an sein vorheriges Leben doch gar nicht erinnern. Sie bringen dich im Seelenzyklus weiter. Nur weil du dich nicht daran erinnern kannst, ist es trotzdem passiert und ein Teil deiner Entwicklung. Meine Finger wandern zu der Tüte, die schon die ganze Zeit neben mir auf der Bank legt und ziehen nervös zwei Bücher Eine Ausgabe der wichtigsten Tierrekorde der Welt und Zaubertricks für Anfänger Offenbar hast du ihn mit deinen Zaubertricks beeindruckt, mummel ich und streiche abwesend über die bunten Einbände. Die Erinnerungen an das gemeinsame Pizzaessen auf der Veranda, bei dem mir Oskar meine Uhr geklaut hat, tauchen in meinem Kopf auf. Schmerzhaft graben sich die Bilder in mein Gedächtnis. Wusstest du, dass er sich immer gewünscht hat, ein Oktobus zu sein? Und warum? Weil sie drei Herzen haben. Verdammt, warum haben die drei Herzen? Energisch lege ich die Bücher und fühle, wie mich die Traurigkeit erneut erobert. Oskar hatte ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das ich erraten sollte und das ich jetzt nie erfahren werde, weil er nicht mehr da ist. Er ist einfach weg. Ich schlucke. Ich will nicht mehr weinen, weil es mir den wundervollen Neunjährigen auch nicht zurückbringt. Da erklingt aus den Lautsprechern des Diners ein Song von Michael Kivanuka, der sich beruhigend über mich und das Lokal legt, bis Nerus Stimme zu mir dringt. Ich weiß, was dein Großvater zu erledigen hat. Es geht um die Versöhnung mit deinem Bruder. Mit Brandon? Ein tonloses Lachen kriecht mir aus der Kehle. Die beiden hassen sich. Das muss sich ändern, wenn du deinen Grandpa loswerden willst. Nero krempelt die Ärmel seines schwarzen Hemdes hoch. Wieso hassen sie sich? Ich tunke die letzte Pommes in den Ketchup. Sie haben sich nie verstanden. Auch schon vor Grandpas Krankheit sind sie nicht miteinander klar gekommen. Ich könnte mit ihnen sprechen, aber das kannst du nicht. Sie müssen es von sich aus wollen. Er friert die Hölle zu, sage ich, während die Vorstellung, dass Grandpa unser Haus nie wieder verlassen wird, merkwürdig durch meinen Kopf geistert. Vielleicht hat es auch etwas mit William zu tun, murmle ich dann. William? Ich verdrücke die letzte Pommes und schiebe dann meinen Teller zur Seite. Unser biologischer Vater. Brandon hatte noch Kontakt zu ihm. Ich kann mich nicht an ihn erinnern. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt noch lebt. Nach Moms Tod habe ich Brandon einmal telefonieren gehört, da ist sein Name gefallen. Offenbar hat mein Bruder nach ihm gesucht, aber ich habe nicht den plassesten Schimmer, ob er ihn jemals gefunden hat. Es hat mich auch nicht interessiert. Ich halte inne und fühle mich, als hätte ich zu viel erzählt, als hätte ich zu viel preis gegeben. Dabei kenne ich Nero nicht einmal richtig. Wie ist es bei dir? Wie sind deine Eltern so? Das Fürstenpaar der Debal Sachs? Die Nachkommen Führerin. Nero fährt sich durch die dunklen Haare. Suki redet zu viel. Ich befürchte schon, dass er gar nichts mehr sagt, als er plötzlich weiterspricht. Sie sind in Ordnung. Natürlich haben sie auch ihre Eigenheiten, wie wir alle. Das sagt nicht besonders viel aus. Sie behalten gerne die Kontrolle. Besser? Ich funkle ihnen an. Offenbar eine Eigenschaft, die sie an ihren Sohn weitervererbt haben. Was hat deine Mom an dich weitergegeben? Etwa eine gewisse Sturheit? Ich erwidere nichts und denke an Mom, wie sie für Brandons Geburtstag eine dreistöckige Torte gebacken hat, obwohl sie gar nicht backen konnte. Die Torte war toll. Sie hat ausgesehen wie eine bunte Reproduktion des schiefen Turms von Pisa. Und zu Halloween hat sie sich einmal nicht davon abbringen lassen, mir ein Hexenkostüm nachzunähen, das schon lange ausverkauft war. Ich weiß nicht, wie sie es angestellt hat, aber das Teil sah noch besser aus als das Original. Sie hat ja sehr viel bedeutet, mischt sich Neros Stimme in meine Erinnerung. Er klingt viel sanfter als vorhin, einfühlsam und wohlwollend. Ja, das hat sie, bestätige ich und lasse zu, dass sich seine Worte warm und beruhigend um mein Herz legen. Sie war bestimmt eine ganz großartige Mom. Ich nicke und wünschte, wir müssten nicht in der Vergangenheit von ihr sprechen. Dann runzle ich die Stirn und betrachte Nero kritisch. Warum bist du auf einmal so nett zu mir? Damit ich dir den Kesaya überlasse? Du findest mich also nett? So meinte ich das nicht. Mit einem festen Blick beugt er sich über die Tischplatte zu mir. Wie denn dann? fragt er langsam und so durchdringend, dass mein Nacken zu kribbeln beginnt. Es ist nicht leicht, diesen unbändigen Blickkontakt standzuhalten, doch noch schlimmer wäre es, jetzt wegzusehen und ihm das Gefühl zu geben, irgendeine besondere Wirkung auf mich zu haben. Ich gebe ein abfälliges Schnauben von mir. Manipulierst du mich jetzt etwa mit deiner charmanten Art, weil es dir anders nicht gelingt? Ein unscheinbares Lächeln umspielt seine Lippen. Du findest mich also auch noch charmant? Nett und charmant erwidert er mit diesem kratzigen dunklen Unterton in der Stimme der mir direkt in den Magen fährt. Der Blick aus seinen unergründlichen Augen verstärkt sich, bis es mir vorkommt, als würde ich direkt in ihre leuchtenden Dunkelheit hineingezogen werden. Wie von allein lehnt sich mein Oberkörper nach vorne und auch Nero beugt sich weiter zu mir. Millimeter für Millimeter, als wären wir beide Magneten, die der Anziehungskraft nichts entgegenzusetzen haben. Als unsere Gesichter nicht mehr viel trennt, pocht mein Herz so laut, dass es Nero nicht entgehen kann. Langsam, fast vorsichtig, hebt er eine Hand und streicht mir über die Wange. Die Berührung hinterlässt eine prickelnde Spur auf meiner Haut, deren hitzige Wärme in jede Zelle meines Körpers sickert, während er mein Gesicht mustert, als könnte er eine längst vergessene Antwort darin finden. Was machst du? frage ich atemlos. Ich setzte Nero an. In seinen Augen scheinen widersprüchliche Gefühle zu toben, als würde er einen inneren Kampf ausfechten. Doch bereits im nächsten Augenblick lässt er die Hand sinken und atmet tief ein, als könnte er damit den Moment zwischen uns einfach weg atmen. Mit ungerührter Miene lässt er sich auf die gepolsterte Bank zurückfallen und verlangt nach der Rechnung. Blinselnd schiebe ich meine absurde Enttäuschung zur Seite. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, erkläre ich strof. Fast teilnahmslos zieht er eine Augenbraue in die Höhe. Welche genau? Ob du versuchst, mich zu manipulieren, um an den Kesaya zu gelangen? Er seufzte, als wäre meine Frage völlig unnötig, weil sie bloß das Offensichtliche in Zweifel zieht. Jeder Clan möchte den Schlüssel und jeder Clan würde verdammt viel dafür tun. Lass dir von niemandem etwas anderes einreden. Vielleicht sollte ich den Kesaya dann einfach keinem von euch übergeben, erwidere ich in dem Versuch, ihn irgendwie zu treffen. Der Schlüssel wird in die Hände der Athanados zurückfallen, bemerkt Nero unbeeindruckt. Das Orakel hat es vorhergesehen. Du wirst es nicht aufhalten können. Und dieses Orakel liegt immer richtig? Wer oder was ist das eigentlich? Sein Gesicht verschließt sich. Über das Orakel werde ich nicht sprechen. Wieso nicht? Weil es dich nichts angeht. Wut tropft in mein Herz. Sag mal, wie soll das funktionieren? Du möchtest den Schlüssel von mir haben, lässt mich aber infotechnisch auf dem Trockenen sitzen. Glaubst du, dass dir das Punkte einbringt? Ich stache ihn an und überlege, die berauschende Kraft des Gesayas für mich zu nutzen. Der Gedanke, Neros Gabe gegen ihn einzusetzen und die prickelnde Magie erneut zu spüren, ist verdammt verführerisch. Doch Nero ist stärker als Tod, nicht nur äußerlich, und ich will es nicht riskieren, mich vor ihm zu blamieren. Es geht hier nicht um Punkte und auch um kein Spiel, Katalea, erwiderte Isaac. Ich dachte, das hättest du inzwischen begriffen. Wahrscheinlich bin ich einfach zu dumm dafür. Je weniger du weißt, desto besser ist es für dich. Du glaubst gar nicht, wie sehr mir dieser Spruch am Arsch vorbeigeht, zische ich ungehalten. Ich soll den Kisaya für euch finden, aber danach heißt es, Stopp, bis hierher weiter darfst du nicht gehen, Katalea. Ich kann es nicht leiden, wenn mir und meine Grenzen setzt. Er lehrte sein Glas in einem Zug. Als Athanadus hat man Regeln zu befolgen, Regeln, die nicht grundlos aufgestellt wurden. Die Suche nach den Schlüsseln ist kein Kinderspiel. Das weiß ich, sage ich und habe nicht vor, mich von seinen Worten unterkriegen zu lassen. Umso wichtiger ist es für mich zu wissen, was du tun wirst, wenn ich dir den Kisaya nicht oder was du machen wirst, wenn du ihn doch von mir bekommst. Wird dein Clan diese heilige Pforte öffnen und alle anderen Clans ihre Unsterblichkeit nehmen? Nerus Blick verfinstert sich. Suki redet definitiv zu viel, sagt er mit gefährlich leiser Stimme. Aber mach dir nichts vor. Glaubst du wirklich, dass auch nur irgendein Clan die Gesayas ungenutzt liegen lassen würde? würde die Pforte öffnen. Nicht einmal die Givalrivaldis würden diese Gelegenheit verstreichen lassen. Einer der Clans wird die Schlüssel benutzen, die heilige Pforte öffnen und damit das Schicksal der anderen besiegeln. Der Unterschied besteht darin, dass mein Clan die Macht hat, das Tor auch wieder zu schließen und damit die große Katastrophe zu verhindern. Die Orchidee Die Orchidee ist der Ausdruck reinster Schönheit. Ihre symmetrische Blütenform ist ein wahres Kunstwerk der Schöpfung, ein Sinnbild für Raffinesse und Stärke, die sich in ihrer einzigartigen Widerstandsfähigkeit zeigt. Kaum ein anderes Gewächs vermag es, den Launen der Natur derart zu trotzen und zeitgleich mit unvergleichlichem Liebreiz und süßlichem Duft ihren Bewunderern den Atem zu rauben. Das Haus Quinedon nimmt dazu passend das Symbol der schneeweißen Orchidee für sich in Anspruch. Als Nachkommen einer dreisten Diebin verstehen sie sich auf das Handwerk des Raubens, das stets geschickt vonstatten geht, wenn sie fremde Gaben in sich erblühen lassen. Die Symbolik der Clans aus dem Archiv des Hohen Rates Kapitel 19 Großvater sieht mich beleidigt an. Rück endlich raus damit! Hey, alter Mann! Kela hat klargemacht, dass sie das nicht tun wird, knurrt Jerome. Es wundert mich nicht, dass er genervt ist. Ich bin es auch, aber nicht wegen Grandpa, sondern weil wir schon seit Stunden in seinem ehemaligen Wohnzimmer hocken, ohne auch nur einen Schritt voranzukommen. Draußen wird es langsam dunkel. Jerome lässt die Fingerknöchel knacken und reicht mir die nächste Schallplatte. Müde versuche ich, eine Verbindung herzustellen. Als ich ein weiteres Mal nicht spüre, schüttle ich den Kopf, woraufhin Jerome frustriert schnaubt. Dieser Scheiß hier macht mich noch fertig. Herrje, ein wenig mehr Respekt Muskelbrotz. Das ist eine Platte von Frank Sinatra, der hat mehr auf dem Kasten, als du es jemals haben wirst. Cheromes Antwort ist ein abfälliges Grunzen, von dem sich Grandpa nicht beeindrucken lässt. Seine durchlässige Gestalt steht neben dem abgewetzten Schlafsofa, das faltige Gesicht noch immer verkniffen auf mich gerichtet. Also, was muss ich tun, um von hier weg zu kommen? Es ist dieser Schlüssel, nicht wahr? Ich darf es dir nicht sagen. Du sollst es selbst herausfinden. Das ist der Teil deiner Aufgabe. Wiederhole ich und greife nach der nächsten Schaltplatte, die mir Jerome entgegenhält. Auf dem Cover steht Dean Martin Sings. Daneben ist ein dunkelhaariger Typ mit Zigarette abgebildet, bei dem es sich um den Sänger handelt. Meine Fingerspitzen tasten über seinen verklärten Gesichtsausdruck. Erneutes Kopfschütteln meinerseits, gefolgt von Jeromes Augen verdrehen, der im nächsten Moment etwas von Pause und Bier brummt und dann nach unten verschwindet. Gut, der Muskelprotz ist weg. Jetzt kannst du es mir sagen, probierte es Grandpa noch einmal. Kann ich nicht. Zum Himmel noch mal. Was soll denn passieren, wenn du es mir erzählst, motzt Großvater, bevor er krimmig lächelt, als hätte er einen besonders geistreichen Einfall. Du kannst es mir natürlich auch zuflüstern oder aufschreiben. Das wird nicht klappen und ich werde es nicht darauf ankommen lassen. Was ist, wenn du dann für immer hier herum spukst? Wie ein Kleinkind in West- und Korthose verschränkt er die Arme vor der Brust. Dann verrate ich dir auch nicht, was ich zu deinen Briefen herausgefunden habe. Ich stürze. Du hast etwas über die Briefe erfahren? Damit hast du nicht gerechnet, was? Nur leider kann ich es dir nicht sagen. Grandpa tut so, als würde er an seinen Lippen einen unsichtbaren Reißverschluss zuziehen. Eine Geste, die an ihm noch befremdlicher wirkt als an jedem anderen Erwachsenen. Doch er hat mich neugierig gemacht. Wenn ich dir deine Aufgabe verrate, behaupte ich rasch, kommst du direkt in die Hölle. Ich wollte dir keine Angst machen, aber gut, wenn du es nicht anders willst, ich kann dir gerne sagen, was du Halt! Mit verengten Augen starrte mich an, der alte Kopf arbeitete auf Hauchtouren. Wenn du mich anlügst, kommst du in die Hölle. Ich pokere, setzte alles darauf, dass er einen Rückzieher macht. Oder du, wenn ich dir gleich die Wahrheit sage. Also Nero hat mir verraten, dass Stopp, ich will es nicht wissen, murrt er. Obwohl die Hölle auch nicht schlimmer sein kann als das hier. Sieh dir an, was diese Kerle aus meinen Zimmern gemacht haben. Er wirft einen krantigen Blick durch den Raum, der bis auf das ausgezogene Schlafsofa genauso aussieht wie früher. Ich stehe auf und lasse mich vorsichtig auf Großvaters altem Lieblingssessel nieder, den Mom damals herrichten lassen hat, damit er sich nach dem Umzug bei uns wohl fühlt. Also sag, was konntest du über die Briefe herausfinden, frage ich nervös. Gemächlich spaziert Großvater zum Fenster, als würde er jede Sekunde meiner Anspannung genießen. Ich habe den Postboten verfolgt, aber das hat nichts gebracht, außer dass ich mir das geschwätz dummer Leute anhören musste. Deshalb habe ich mir die Briefumschläge noch mal angesehen und daran gerochen. Daran gerochen? Ja, daran gerochen, schnaubt er. Als Engel rieche ich viel besser als zu Lebzeiten und ich sage dir, das ist kein Vergnügen. Die Stadt stinkt, alles hier stinkt, das ganze Leben stinkt und deine Kuvert riechen nach Schinfis. Schinfis? Was ist das? Ein Getränk? Nein, ein Parfum. Deine Großmutter hat danach gerochen, bevor sie mit diesem abgetreten Musiker abgezogen. Er stoppt abrupt. Ein beherrschter Ausdruck legt sich auf seine Züge, während er die Schultern strafft. Der Duft ist nicht besonders verbreitet. Findest du das Parfum, findest du auch deinen Schreiberling. Ziemlich sicher eine Frau. Und? Er sieht mich verständnislos an. Was und? Das war's. Immerhin bist du jetzt klüger als vorher, schnappt er gekränkt. Da hast du recht, danke, er wieder ich rasch, worauf er zufrieden nickt und sich die graue Schirmmütze zurecht drückt. Hast du noch so einen Brief bekommen, will er dann wissen? Nein, habe ich nicht. Hast du denn nachgesehen? In den letzten Tagen war der Postbote spät dran, was deinem Bruder nicht zu kümmern scheint. Aber der kümmert sich ja um gar nichts mehr. Hey, er hat einiges zu verdauen, nämlich Brandon in Schutz. Das alles hier ist auch für ihn nicht leicht. Leicht, leicht, für wen ist es denn schon leicht? Jedes Mal, wenn mein Vater betrunken nach Hause gekommen ist, musste ich mich vor ihm und seinem Gürtel verstecken. Also erzähl mir nichts davon, dass der Junge es nicht leicht hat. Eure Generation wird mit Samthandschuhen angefasst, bei uns lief das damals ganz anders ab. Meine Finger spielen mit der bunten Glasperlenkette um meinen Hals, die ich vor Jahren auf meinem Flohmarkt erstanden habe, während meine Gedanken bei Grandpa und seiner Vergangenheit sind. Das tut mir leid. Was? Dass deine Kindheit nicht schön war, sage ich und bemerke, wie ich Großvater damit irritiere. Wie er vor dem Fenster blinzelt, als hätte sich noch nie jemand um seine Gefühle gekümmert und dann unsicher weg sieht. Es war nicht meine Absicht, ihn in Verlegenheit zu bringen. Erzählst du mir von William, fügt ich schnell hinzu, um das Thema zu wechseln? Wieso? Als er sich mir zuwendet, ziehen sich seine buschigen Brauen argwöhnisch zusammen. Du wolltest doch sonst auch nichts von ihm wissen. Eine sehr weise Entscheidung. Hat mir sofort gezeigt, dass du die klügere von euren Geschwistern bist. Vor ein paar Tagen hast du ihn selbst erwähnt. Großvater dreht sich zurück zum Fenster. Ich weiß nicht, was du meinst, sagt er mit dem Rücken zu mir. Du hast gesagt, dass Mom sich die Augen ausgeheult hat, dass William immer wieder zurückgekommen ist, wenn sie schon fast über ihn hinweg war. Helfe ich ihm auf die Sprünge, auch wenn das nicht notwendig wäre. Erzähl mir davon. Du solltest ihn einfach jemand. Ich horche auf. Wer? Irgendein Fremder, der sieht seltsam aus. Lass mich mal sehen, sage ich und richte mich auf. Ist schon wieder weg, entgegnet er schnell. Wahrscheinlich war seine Bemerkung bloß ein lahmes Ablenkungsmanöver. Resigniert lasse ich mich zurück in den Lehnstuhl fallen. Grandpa, bitte, ich hat er nichts, doch seine Schultern beben. Stumm beobachte ich dieses Beben, das mich traurig stimmt. Deine Mutter war dem Mistteil verfallen, beginnt er schließlich leise zu erzählen, als müsste er die Erinnerungen behutsam ausgraben, um nicht zusammen zu brechen. Und das hat er ausgenutzt. Er ist nur hier aufgekreuzt, wenn es ihm gepasst hat. Hat sich ein Dreck um dich und deinen Bruder geschert, auch wenn dein Bruder einen Helden aus ihm machte. Ein Spieler und Säufer, das war er, einer, der sein Versprechen nicht ein einziges Mal gehalten hat. Zitternd hebt er den Zeigefinger in die Höhe. Ich habe auf sie eingeredet, immer und immer wieder, aber sie wollte mir nicht glauben, hat bloß auf ihr bescheuert das Herz gehört. Das Herz ist ein Verräter, Kela, hat deiner Mutter eingeflüstert, dass er sich ändern wird. Aber der Kerl wird sich nie ändern. Die muss man zum Teufel schicken, sonst machen sie mit dir, was sie wollen. Für deine Mutter war er die große Liebe, für ihn war sie eine von vielen. Der Dreckskerl hat als Stuntman gearbeitet, ist durch die Weltgeschichte getingelt und wollte das große Geld machen. Hat überall mitgemischt, um schnell reich zu werden, aber das waren immer nur irgendwelche undurchsichtigen Geschäfte. Wenigstens hat sie ihm kein Geld gegeben, aber alles andere, was sie hatte, hat sie an ihn verschenkt. Er schluckte hart. Sie war zu gut, sie war einfach zu gut für diese Welt, fügte er mit brüchiger Stimme hinzu. Mein Herz wird schwer und mit einem Mal kapiere ich, dass nicht nur Brandon und ich jemanden vermissen. Es tut mir leid, sagte ich leise, aber laut genug, dass er es hören kann. Ich war so mit mir selbst beschäftigt, ich habe gar nicht daran gedacht, dass du ein Kind verloren hast. Kopfschütteln dreht er sich langsam zu mir. In seinen Augen schimmern Tränen. Hör auf damit. Du musst nicht noch einen alten Mann betrauern. Herr je, so weit kommt es noch. Nein, das machst du nicht, murmelt er, als Jerome den Raum betritt. Erneut wendet sich Grandpa ab. Nach einigen Stunden mit den beiden tut es gut, auf der Veranda zu stehen und die kühle Nachtluft in meine Lungen strömen zu lassen. Ich genieße den Moment, genieße das Funkeln der Sterne über mir und die stille Rebellion des Gartens vor mir. Die Außenbeleuchtung offenbart nicht gemähten Rasen, verfallene Beete und wild wachsende Büsche. Rauschend fährt der Wind durch Gräser und Blätter, die Tür des alten Gartenschuppens klappert im rhythmischen Takt dazu. Ich lausche der unwirklichen Melodie und beginne mich zu entspannen, als Offenbar Senzuki und Todd wieder einmal in eine hitzige Diskussion verstrickt, die sich garantiert um den Kisaya dreht. Um ihrem Streit zu entkommen, mache ich ein paar Schritte Richtung Straße und denke dabei an Mom und William, an Großvater und seine Frau, die ihn verlassen hat und daran, wie ungerecht die Liebe verteilt wird. Als ich schließlich vor unserem verlotterten Gartentor stehe, fällt mein Blick auf den gefüllten Briefkasten. Ich trete auf den Bürgersteig, öffne die Klappe und nehme die Post heraus. Es sind ein paar Prospekte und einige Briefe, einer davon ist an mich adressiert. Mein Pult schießt nach oben. Im Lichtkegel der Straßenlaterne wirkt das cremefarbene Kuvert mit der hübschen Schrift seltsam gelbstichig. Mit fliegenden Fingern reiße ich es auf. Katalea Betraue die Toten nicht. Ihr Schicksal ist besiegelt. Konzentriere dich auf das Leben. So schlicht es auch klingen mag, besteht die Aufgabe des Lebens darin, es einfach zu leben. Magie existiert nicht nur in den großen Wundern, sie haftet in jedem einzelnen Atemzug an. Denn das Leben ist voller Zauber, man muss lediglich hinsehen. Für jene, die dies tun, wird sich der Schleier lichten und eine neue Welt sichtbar machen, die doch die alte ist. Der Blinde wird zum Sehenden, aber du, Katalea, wirst alles verlieren. Du wirst den den entdecken, es in deinem Seelen verankert ist. Doch die De Balzacs haben beschlossen, dich danach dem Vergessenen zu überlassen. Wasser aus dem Strom des Vergessens wird die Erinnerung der letzten Wochen tilgen und deine Gefühle verzehren. Halte Nero davon ab, die Regeln zu brechen und den unheiligen Pakt zu schließen. Denn dieser Pakt wird Verdammnis über ihn und alle bringen, die ihm noch etwas bedeuten. PS Wenn die Zeit zu Boden kracht und Blicke sich treffen, muss Edler Stein zu ihm fliegen. Die restliche Post rutschte mir aus der Hand. Ich stache auf den Brief, versuche seine Bedeutung zu kapieren, doch die Sätze fühlen sich an, als wären sie in meinem Kopf durcheinander gewürfelt worden. Ich erinnere mich, dass Nero und Suki über Seelenpläne gesprochen haben. Nero als Rechtfertigung für Oskars Tod, Suki in Verbindung mit dem Orakel. Vielleicht verbirgt sich das Orakel hinter dem Absender der Briefe. Vielleicht will es mich warnen oder in die Irre führen. Aber vielleicht ist das nicht mal das Wichtigste, überlege ich, während die Gedanken ungestüm zum Strom des Vergessens drängen. Plötzlich nehme ich hinter mir eine Bewegung wahr und erschrecke, als Nero unvermittelt in den Lichtkreis der Straßenlaterne tritt. Eine seltsame Uhrzeit, um die Post durchzusehen, Katalea. Der Wind bläst ihm eine dunkelbraune Locke in die Stirn. Ich sehe in seine unergründlichen Augen und weiß, dass ich vor dem Fürstensohn auf der Hut sein müsste. Ja, das sollte ich. Doch Sollen und Müssen führen nur zu umständlichen Umwegen. Ist das wahr? Sobald ich den Kisaya gefunden habe, werde ich alles wieder vergessen? Ihr nehmt mir einfach meine Erinnerung? Der Einzug der Jungs, die sich als Atanados entpuppt haben, meine Sorge durchzudrehen, Sukis Anteil, die Isikos, Großvater. Ich kann den Verlust bereits bitter auf der Zunge schmecken. Nero bleibt ungerührt, nur der Wind heult auf. Wie kommst du darauf? Hektisch fassen meine Finger an meine Glasperlenkette. Der Strom des Vergessens. Wirst du mir sein Wasser über den Kopf gießen, damit ich keine Ahnung mehr habe, was in letzter Zeit alles passiert ist? Ist das dein Plan? Wer hat dir vom Strom des Vergessens erzählt? Etwa suche ich schon wieder? Neros Stimme schneidet eiskalt durch die Dunkelheit. Für einen Moment bekomme ich Angst vor ihm, wie er da steht, in seinen schwarzen Klamotten und dem bedrohlichen Blick, der meinen Puls weiter nach oben treibt. Unauffällig lasse ich den Brief in meiner hinteren Hosentasche verschwinden, aber Nero packt mich am Handgelenk und reißt mir das zurück, verlange ich, doch er denkt gar nicht daran, sondern zieht sich den Brief genauer an. Die Schatten auf seinem symmetrischen Gesicht vertiefen sich. Ein einzigartiger Brief? Ist das der erste, den du erhalten hast? Er sieht mich nur an und ein düsteres Lachen steigt aus seiner Kehle auf. Natürlich nicht, schnaubt er verächtlich. Enttäuschung tritt in seine Augen, bevor er mich ungehalten anfunkelt. Wie viele einzigartige Briefe hast du schon erhalten, Katalea? Und bist du auch nur ein einziges Mal auf den Gedanken gekommen, mich einzuweinen, weil mit ziemlicher Sicherheit ein anderer Clan dahinter steckt? Energisch macht er einen Schritt auf mich zu. Zeitgleich zerbröckelt meine Angst zu Staub, um in Form von hässlicher Wut wieder aufzuerstehen. Ich soll dich einweinen? Warum sollte ich dir vertrauen? Du tust es doch auch nicht und wage es ja nicht, dich in deinen Anschuldigungen zu flüchten und abzulenken. Ich habe dir eine Frage gestellt. Willst du wirklich, dass ich alles, was in den letzten zwei Wochen geschehen ist, einfach wieder vergesse? In den Augen des Unsterblichen spiegelt sich die Dunkelheit der Nacht wieder, kühl und unterschüttlich. Vergessen ist nicht das Schlechteste. Das darfst du nicht für mich entscheiden, fauche ich. Die Vorstellung, die letzten Wochen zu verlieren, gräbt sich hässlich in meine Eingeweide. Meine Augen beginnen zu brennen, meine Finger krallen sich um meine Kette. Es ist mir egal, dass mein Leben für dich mickrig erscheint, nicht mehr als geht. Für dich bin ich nur eine kurze Episode, nur Mittel zum Zweck, aber das hier ist mein Leben, so unbedeutend es dir auch vorkommen mag. Wenn ich hier bin, um Erfahrungen zu sammeln, dann will ich jede einzelne davon auskosten, so unerträglich sie auch sein mag. Was nehmt ihr mir noch? Soll ich meine letzten Augenblicke mit Oskar vergessen? Nur weil ihr mein Herz hämmert schmerzvoll gegen meine Rippen und ich registriere erst jetzt, dass ich während meines Ausbruchs näher an Nero herangerückt bin, so nah, dass mir die fehlende Distanz zwischen uns nun unangenehm bewusst wird. Ich kann die Wärme seines Körpers spüren, die meinen Herz schlagweiter aus dem Rhythmus bringt, rieche den Geruch nach gefallenen Regen und fühle Neros bedingungslose Aufmerksamkeit auf mir. Verdammt Katalea, verstehst du es denn nicht, herrscht er mich an? Das hier ist bloß ein Ausflug für dich, der sein Ende findet, sobald der Kisaya in unserem Besitz ist. Du bist eine Sterbliche und solltest nichts mit unserer Welt zu tun haben. Aber was ist, wenn ich Teil eurer Welt sein möchte, bricht es aus mir heraus. Ich spüre, wie eine Träne über meine Wange rollt. Meine Kehle wird ganz trocken. Ich habe in den letzten Jahren immer nur verloren. Zuerst Mom, dann Grandpa und jetzt auch noch Oskar. Die Magie ist das Einzige, was mir das Gefühl gibt, endlich auch mal etwas dazugewonnen zu haben. Der Gedanke, ohne ihren Zauber weiterleben zu müssen ist Der Gedanke, ohne dich weiterleben zu müssen, flüstert eine innere Stimme in meinem Kopf. Schwer atmend starre ich Nero an, der mich aufgebracht ansieht. Katalea stößt er sanfter vor, als hätte er meine innere Stimme gehört. Dann saugt er scharf die Luft ein, als könnte er den eigenen Widerstand nicht mehr halten. Sein Blick gleitet zu meinen Lippen und ein verlangender Ausdruck tritt in seine Augen. Im nächsten Moment legt er eine Hand in meinen Nacken, zieht mich an sich und küsst mich so plötzlich und heftig, als hätte er eine Ewigkeit darauf gewartet. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ein Feuerwerk in einem Körper explodiert, aber ungefähr so musste es sich anfühlen. Noch nie in meinem Leben wurde ich so geküsst. Meine Lippen beginnen zu prickeln, mein Atem setzt aus, als Nero mit seiner Zunge meinen Mund erobert. Ungebremste Leidenschaft fließt durch mich hindurch, die jede Faser meines Körpers in Brand setzt. Mit einem heiseren Stöhnen drückt er mich noch näher an sich heran. Ich fühle seine festen Bauchmuskeln, fühle seine Hände auf meinem Rücken, fühle seine Finger, die meine Wirbelsäule entlang tasten und mich festhalten. Fühle, wie mein Herz beinahe stillzustehen droht, da dieser Moment alle anderen Momente bedeutungslos macht. Doch dann löst sich Nero abrupt von mir. Atemlos öffne ich die Augen, um in sein regloses Gesicht zu sehen. Es tut mir leid, das hätte nicht passieren dürfen, bemerkt er beherrscht und fährt sich mit dem Daumen über die Lippen, als wollte er unseren Kuss einfach wegwischen. Ich weiche zurück, bringe Abstand zwischen uns und meine Gefühle. Mein Körper fühlt sich an, als wäre er mit Anlauf gegen eine Betonwand geprallt. Wieso? Weil er gegen die Regeln verstößt? Es ist kompliziert, Katalea. Erkläre es mir. Das kann ich nicht. Kannst du nicht oder willst du nicht? Frage ich unwirsch. Seine Kiefernmuskeln spannen sich an. Wir sollten alles nicht noch schwerer machen. Für wen? Für dich oder für mich? Ein Blick stärker als jede Antwort. Weißt du eigentlich wie heuschlerisch du bist? Plaffe ich ihn an. Regeln sind für dich doch nichts anderes als ein Vorwand um leichter durch das Leben anderer schlüpfen zu können. Du weißt nicht wovon du sprichst. die Kälte in seiner Stimme machte mich noch zorniger. Ich weiß nicht wovon ich spreche und was ist mit dem unheiligen Pakt? Nero erstarrt. Wie bitte? Du hast mich ganz genau verstanden sage ich und marschiere davon so schnell ich kann. Doch ich schaffe es nicht mal bis zu Mams Eiche da stellt sich Nero mir schon in den Weg. Stand das in dem Brief? Ich hab dir gar nichts zu sagen. Katalea bitte! Was? Glaubst du das jetzt gleich zerfließe? dass du mit mir umspringen kannst wie es dir gefällt? Zuerst küsst du mich nur um mich gleich wieder weg zu stoßen? Ich werde aus dir nicht schlau und weißt du was es ist mir auch egal ich habe schon ganz andere Frösche geküsst sage ich und lasse meine Stimme fest und ehrlich klingen selbst im Fallen Licht kann ich sehen wie Neros Mundwinkel nach oben zucken andere Frösche wiederholt er rau was für andere Frösche und wie kommst du dazu mich mit einem Frosch zu vergleichen warum denn nicht Oskar mochte Frösche und er mochte auch dich aber doch nur weil er dich überhaupt nicht kannte schleude ich ihm zusammenhanglos entgegen und blinzle als ich mir ein anderer Zusammenhang offenbart Nero hebt eine Augenbraue was ist willst du mir nicht noch etwas beleidigendes entgegendonnern die Frösche murmel ich die küssenden Frösche seine Stirn legt sich in Falten Katalea geht es dir gut warum hab ich denn nicht schon eher daran gedacht an küssende Frösche also bist du jetzt auch ein Frosch Nero klingt amüsiert scheint aber gleichzeitig nicht recht zu wissen was er mit mir anfangen soll es war nicht meine absicht dich mit dem kuss so aus dem konzept zu bringen so umwerfend war nun auch wieder nicht gebe ich gereizt zurück und bin kurz davor Oskars Geheimnis zu lüften Nero betrachtet mich stoisch bevor er zu seinem Thema zurück findet was stand über den Pakt in dem Brief will er wissen und atmet dann scharf ein ich verspreche dir auch dir deine Erinnerung nicht zu nehmen der wind frischt weiter auf zerrt an meinen Haaren ich stache auf Moms Eicher stache auf die verschlungenen Baumstämme und die ausladenden Äste die sich im dunklen Nachthimmel wiegen Katalea antworte mir hilf mir mal entschlossen wende ich mich dem alten Baum zu der meinen Puls nervös nach oben schnellen lässt wobei soll ich dir helfen mach eine räuber leiter verlange ich und deute gleichzeitig auf das tellergroße astloch das sich etwa zweieinhalb meter über dem boden befindet du musst mir schon mehr verraten ich lächle süß es ist wohl nicht so schön informationstechnisch ausgehungert zu werden oder ok punkt verstanden ich zeitpunkt nicht aufgefallen ist aber oscar hat ein faible für frösche er hat darüber gesprochen ihnen in diesem astloch eine wohnung mit ausblick einzurichten fasse ich zusammen und denke an die leiter aus unserem geräteschuppen die neulich jemand benutzt hat o oscar du glaubst also dass sein geheimnis etwas mit dem kesaya zu tun hat ja aber ich glaube nicht dass es oscar bewusst war erwidere ich während sich nero bereits an die eiche stellt und seine finger verschränkt ich setze ein fuß in seine gefaltete ich setze ein fuß in seine gefalteten hände halte mich an seiner schulter fest und drücke mich schwungvoll nach oben um das gleichgewicht nicht zu verlieren greife ich nach dem abstehenden ast erreiche mit dem anderen arm das astloch und ertaste lächelnd die kleinen figuren augenblicklich knistert ein kühler elektrischer schlag durch meine finger es ist nicht unangenehm im gegenteil in meinem inneren breitet sich die wohlige gewissheit aus dass es endlich soweit ist aufgeregt ziehe ich die kristallfrösche aus dem astloch und nicke nero zu der mich sanft zu sich hinunterlässt am boden angekommen öffne ich meine hand und zeige ihm wortlos die grünen figuren aus kristall die von einem leuchtenden nebel aus kreisenden dunkelroten lichtpartikeln eingehüllt werden immer schneller wirbelt der magische nebel um die frösche herum bis ein gleißender lichtstrahl ihre oberfläche durchbricht und einen herzschlag lang die nacht erhält ich kann nicht sagen ob ich ihn zuerst sehe oder fühle blinzeln stache ich auf den filigranen schlüssel der doch so schwer in meiner hand liegt er ist aus granatrotem stein gefertigt und wird von zarten schimmernden glasfäden umgarnt die sich am schlüsselring zu einer wunderschönen lotusblume verweben der lotus schlüssel der kisaja der von rubin steins flüstere ich ehrfurchtsvoll woher weißt du setzt nero an wirft dann aber einen raschen blick über meine schulter die bedrohliche bewegungen hinter uns nehme ich erst wahr als er mich bereits richtung haus zieht lauf katalea lauf der lotus der lotus auch die heilige blume genannt wurzelt in schlammigen gewässern er wächst in der dunkelheit des wasser heran um sich in den frühen morgenstunden zu erheben und an der oberfläche in eine makellose blüte zu verwandeln deren zarte blätter sich öffnen und ihre umgebung mit einem blumig schweren duft betören die heilige blume ist ein symbol der auferstehung ein lehrstück der verwandlung als emblem des hauses von rubin stein fügt sich der granatrote lotus ebenso makellos in die geschichte der clans ein der von einer notorischen lügnerin abstammt durch die gabe der täuschung verwandeln seine mitglieder seit jahrhunderten die realität in eine prachtvolle illusion deren schillernde trug bilder selbst die erfahrensten unter uns in die irre führen können die symbolik des clans aus dem archiv des hohen rats nur die schillernde strügelde